Der wird schon bekämpft, den laufe ich dann mal kurz. Das ist zu weit entfernt. Oh, das ist keiner für die... Ich bin außer Reichweite. Da lernt nur Eddie was von. Hm, na gut. Du hast mich angesprochen. Das ist aber keine Quest, ne? Äh, Äste! Ach, die Deta wieder. Äh, ne, die Deta. Himmel. Die gucken dann nachher wieder, hast du Blut an den Händen und dann geht das ganz böse für mich aus. Ich kenne das noch. Nee, nee. Hm. Ich würde sagen, das ist aber leer hier. Ich möchte jetzt nicht wissen, wie das am Anfang hier war, als die Riesenbeute unterwegs war. Ich bin entfernt. Das kann ich nicht angreifen. Ein gutes Talent. Ich mach die Arbeit und du, äh, zielst mit deinem Gewehr, ohne was zu machen. Aber ja, kennt man ja auch noch. Teamarbeit, äh, Team, die halt toll ein anderer macht. Oh, da kann man richtig viel los. Wäre ich gar nicht alle brauchen. Wäre natürlich toll, wäre jetzt gleich halt nicht alle gekommen, wer. So, von dem brauchen wir jetzt nur noch, äh, einen. Ich muss näher ran. Da drüben gibt's dann weitere Uhr. Zumindest ein von den Uhr. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, du bist die Beste. Oh, da hatten wir schon genug von. Ich brauch noch, äh... Das ist zu weit entfernt. ...Bären. Aber davon nur vier. Ich vermute mal, dass die hier irgendwie dann recht selten sein werden. Drüben ist aber was, weil... Doch, warte mal. Ah, das ist auch was für, äh, Eddie. Guckst du, ist Falle. Da drüben ist auch eine Falle. Aber ich will ja eigentlich, äh, Bären gerade finden. Da reite ich aus dem Gebiet raus, wo es Bären gibt. Nicht, dass ich mich verleten habe, aber das sind doch Bären, ne? Ah, warte mal. Einsammeln. Hm. Sind das Gegner oder liegen die irgendwo hier rum? Das ist nur die Falle. Das bringt nichts. Hm. Spannend. Naja, das hört sich so an. Ich muss beweiten, dass ich keine Zwischenmahlzeit bin. Als ob man die auch töten müsste. Boah, hier haben wir Tiger. Ah, okay. So kann man das ein bisschen besser erkennen. Haupt, dann muss ich hier ein bisschen hoch. Das richtige Gebiet rein noch. Wenn das klappt. Ähm. Kann ich hier rauskommen? Ja, geht sogar. Hier könnte man eventuell langkommen. So, hier verstehe ich das jetzt so, dass hier Bären sein sollten. Irgendwo. Ja, hier sind Bären. Da hinten, yay. Ich bin außer Reichweite. Dann wissen wir, wo alles ist. Dann ist das auch gleich frei. Das ist zu weit entfernt. Muss ich jetzt die hier bis... voll machen, bis der dritte Balken voll ist? Ich muss näher ran. Dann muss ich danach auf dem Rückweg noch ein bisschen Sachen kaputt machen. Ich brauche ein Ziel. Ach, und die müssen auch noch Pelze haben. Ja, vielleicht erwischt ich das dann, dass ich sowieso länger brauche. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Ja, mit geschlossenen Augen. Ich warne dich. Das kann ich nicht angreifen. Und wie schnell die immer danach wieder auf ihrem Mount sitzt. Ist hier noch irgendwas, was man... Ne, den Punkt hatten wir schon mal. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Aber immer zwischendurch Angst, dass ich Hadele verlieren würde. Aber bisher hält sie dann doch einermaßen... Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. ...die Geschwindigkeit. Auch wenn sie jetzt wieder irgendwo runter ab ist, doch. Das kann ich nicht angreifen. Ja, ich habe meine Selfie-Kamera auf dem Charakter leider nicht dabei. Der ist bestimmt hier drin. Ich muss näher ran. Hallo. Genau, die Waffe habe ich ja bisher nie genutzt. Es wäre immer sinnvoll, wenn ich meine Artefakt-Waffe auch mal eins hätte. Ich muss gleich mal schauen, ob hier auch wieder irgendwas rumliegt in der Höhle. Oder ob der nur seine eigenen Sachen drückt. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Da hat sich ausgeschlundert. Liegt aber sonst nix rum. Ja, das war das, wo ich mich gefragt hätte. Was ist das? Also ich habe jetzt Seelenfragmente in der Nähe. Ich bin außer Reichweite. Wie, glaube ich, sinnvoll sind für meine Selbstheilung als Senk? Das ist zu weit entfernt. Ich bin super informiert. Ich muss näher ran. So, wir haben das fast die Fälle. Ich werde nochmal vergucken, was passiert, wenn ich dich noch... ...den Balken voll machen lasse. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Danach schaue ich notfalls mal in deinen Quest-Fact. Das kann ich nicht angreifen. Es dürfen noch ein oder zwei Bären sein. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Okay, und noch einer. Ich bin außer Reichweite. Hey, abgeschlossen. Das ist ja perfekt. Dann können wir das jetzt alles wieder abgeben. Ich kam, glaube ich, hier den Weg lang. Vielleicht. Ich erinnere mich gerade nicht daran, hier runtergekommen zu sein. Gibt es die Volltrefferhütte? Nee, hier war ich noch nicht. Das ist die Klassenhalle für Jäger. Hey, ich bin sofort wieder raus. Okay. Hab ich nichts gegen. Ich hoffe, ihr jagt gerne. Allzeit gute Jagd. Weitmals halt. Dieses nervende... ...vieh. Passt da draußen auf euch auf. Weitmals halt. Die finsteren Zeiten werden vorübergehen. Wie darf ich helfen? Wie darf ich gerade da? Schnell weg von dem. Und erst dann auf die Karte schauen. So. Wir brauchen jetzt hier... Es wurde etwas empfohlen. Das sind... ...empfohlene Spieleranzahl 3. Da könnten allerdings mit ein bisschen Glück auch 2 in der Nähe sein. Würde ich da einfach mal schauen, bis da andere vorbeikommen. Da könnte irgendwo ein Höhleneingang kommen. Ich werde wohl hier auf dem See gar nicht ganz drum herum kommen, ein paar von denen leider zu töten. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Auf dem Berg, oder? Oder hier in der Höhle irgendwo. Da drin ist Rasha. Da helfen wir doch mal mit. Das ist der Vorteil, wenn man noch nicht ganz alleine unterwegs ist und ganz normale, wenn schon alle weg sind, kann man sogar die Gruppenquests hier recht einfach machen. Obwohl ich jetzt alleine bin. Aber bei Tankausrüstung, obwohl ich die Agro habe, verliere ich hier kein Weg. Ich habe kein Ziel. So, das war der erste. Dann wollen wir jetzt hier zu Grimmschwinge. Bei Grimmschwinge muss ich außerdem noch Bescheid sagen, dass ich anfange. Könnte wieder auf der anderen Flussseite sein, wenn ich das richtig interpretiere. Komm, hier kommen wir doch bestimmt irgendwo raus. Ja, ich glaube hier soll dem Weg folgen, ein bisschen links. Da habe ich das schon auf der Karte angezeigt. Reicht das? Ich bin außer Reichweite. Da muss ich ein bisschen näher noch dran. Das ist zu weit entfernt. Das ist wohl nicht so gedacht. Vielleicht dann noch irgendwie hier so drumherum ein bisschen höher kommt. Hier, das könnte doch klappen. Das wäre nett. Oh, das war die falsche Faktor. Oh! Das ist so dumm. Das war die Zutaten. Oh! Das ist so dumm. Oh! Das ist so dumm. Oh! Das ist so dumm. Oh, ganz ein bisschen noch. Ich brauche ein Ziel. Ein hervorragender Schuss. Ich habe nicht geschossen. Hier ist noch irgendwas mit einem Geweih. Bin ich aufs falsche Mount aufgestiegen. Macht nichts, weil hier hinten ist schon... Der hat Freunde dabei. Und ist nicht... Er ist kein Wehr, sondern direkt Elite. Und wird ein bestimmt... Oh ja, das sollte ich direkt im Auge behalten. Die Positionierung bitte in die richtige Richtung. Sollen wir es trotzdem mal versuchen, ob wohl die beiden hier... Ja, komm. Ich muss mehr ran. Angeblich halt für drei. Wollen wir mal schauen, wie das so ist. Ja, das ist okay. Es wird nur wohl ziemlich lange dauern. Nein, ich will mich nicht mit dem Rücken zum Abgrund stellen. Ganz lange warten. Die beiden Hapien habe ich mittlerweile weggekriegt. Und ja, die Position sieht seltsam aus. Aber das ist dann halt doch für die ein wenig Erfahrung mittlerweile. Alles, was anstürmen, wegschubsen kann, immer mit dem Rücken an die Wand. Ja, das läuft aber. Ne Gruppenquests für drei. Ich muss näher ran. Ops. So. Ach ja. Und sonst? Wie geht's? Frauen und Kinder? Mhm. Könnte ich zwischendurch nur auf irgendwas anderes. Könnte man ja irgendwann hier mal irgendwo einer helfen. Wo ist Eddie, wenn man sie braucht, ne? Freunden dann schön immer nebenher gehoppelt. Und jetzt willst du wieder bei Hammett und Destiny zu gehen. Ach, da ist jemand. Ich bin außer Reichweite. Hallo. Ja, da geht das doch direkt ein bisschen schneller. Ich muss näher ran. Auch in die Bar. Oh, schön. Da schwebt der Geist hinfort. Da können wir das jetzt alles wieder abziehen. Wenn das so ist wie damals in Nagrand, also nicht in Nagrand von Warlock auf Trainer, sondern von Burning Crusade. Da gab's auch, äh, zehn davon. Dann kamen so die kleinen Bosse von denen. Und dann kam noch mal so ein Oberboss. Bin ich mal gespannt, ob das hier wieder ähnlich sein wird. Dass gleich noch irgendein Riesenvieh kommt. Das dann eventuell ohne Gruppe wirklich, äh, schwer sein könnte. Hier wieder aber den Fluss gehüpft. Nichts geht über diesen frischen Kiefernduft im Wind. Neue Schultern. Nämlich mit. Geht hier weiter. Da gibt's noch ein neun Trefftab. Noch ein neun Trefftab. Unsere Feinde werden fallen. Ein Medaillon. Das will ich auch. Schaele Laran. Bevor ich das alles vergesse, das hier, oh, das ist sogar aufgewertet, das will ich. Und das will ich, das will ich nicht. Ja, haben wir wieder so ein bisschen Übersicht verschafft. Hier gibt es ein Kochrezept. Kochen kann ich noch nicht. Die Göttin schütze euch. Hier ist noch irgendwas Gelbes. Ah, okay, den links habe ich gesehen, kann ich schon ansprechen, wenn ich wohin fliegen wolle. Moment, dann will ich aber erst mal hier schauen. Sonst habe ich hier nichts, ne? Da werde ich jetzt hier rüber geflogen. Das wäre das, äh... Das sind die einzigen beiden Sachen, die ich habe. Ja, schön. Hatten wir hier was zum Verkaufen? Was geht euch durch den Kopf? Ah, meistens nur Blödsinn. Wie geht's? So, das kann weg. Das will ich vielleicht später in die Bank legen. Da habe ich natürlich auch noch nicht so viel. Platz, wollte ich sagen. Ich werde es mal behalten, falls ich irgendwann mal kochen lernen möchte. Das will ich benutzen. Das kann weg. Das kann weg. Auch weg. Hm. Den hatte ich noch vergessen. Bleibt auf dem Boden! Dachte ich doch gerade, dass die Gegenstandsstufe ein wenig hoch ist. 713, 700, 689... Willkommen! So, dann kommt das auch weg. Fort mit euch! Kann ich die Dinger hier benutzen? Ne, das sind... Oh. Doch. Ach stimmt. Das habe ich vorhin in der... Ah, in der Klassenhalle vergessen. Mein Artefakt. Braucht ihr etwas? Ein bisschen aufwerten. Äh... Bitte hier hin. Auf dann! Haben wir jetzt hier schon... Ne, wir sind immer noch auf 5 von 7... ...bereichen. Jetzt pflege ich natürlich... Pflege ich jetzt hier hin, oder werde ich jetzt... Ah, ne. Hm. Hm. Ich weiß nicht genau, wo ich hinfliege. Doch, verdächtiges Kostüm. Okay, sind wir da. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir hiermit dann hier die Küste lang machen. Oh, guck mal, unser Freund ist da. Einmal hast du mich erwischt. Jetzt hier runter. Ich hoffe, ihr seid alle schwindelfrei. Der arme Typ, der muss nachher wieder hochfliegen. Beine hart wie in Rogga. Beine hart wie in Chubber. Beine hart wie in Flashbier. Ich kenne das noch einer. Ich bin zu alt, glaube ich, ne? Hey, Kinder. Ich hasse Kinder. Hallo? Nein, ich brauche sie bloß nicht, sagen wir es so. So. Ja, hier laufen... Ich habe irgendwas von Murloc Kostüm... ... gehört. Hier, genau. Genau, König Myrgl Myrgl Myrgl. Was führt euch hierher? Seid gegrüßt. Ach, wie schön. Viel Glück. Durch Schilfgras schwimmen. Kugelfisch gleich. Und mit Taulkraten sprechen. Gibt es den nachher als Pets? Könnte ich mir gerade noch vorstellen. Das hier Schilfgras, wo ich durch muss. Ja. Ich bin außer Reichweite. Ja, äh, WoW ist, äh, ein Spiel ab zwölf Jahren. Das ist zu weit entfernt. Deswegen gibt es Mörder. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Hier muss ich immer darauf achten, dass die Leiche nicht da ist. Oder keine. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Oh, schon mal zwei. Das ist zu weit entfernt. Binnen war zu zwölf, das ist nicht schwer. Da haut man ein paar mal drauf. Ja, Feuer geht auch im Wasser. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Nein, ich bin nicht außer Reichweite. Ich muss näher ran. Das habe ich ja vorher schon mal überlegt. Da hatte ich es nicht gefunden. Ich will jetzt noch mal kurz schauen. Äh, das... Das könnte es sein, ne? Test mal auch gleich mal. Ja, äh, ich glaube, das war... Das könnte das ganz ein bisschen angeheber machen. Äh, wo ist die Leiche hin? Da war aber gerade nichts drin. Ich habe jetzt ja gerade Probleme, ein bisschen die Leichen zu finden. Ah, ne, die, äh... Ja, da hätte ich schon genug von gehabt. Ich muss noch, ähm... Murky-Krittern. Also, durch, äh... Schilfgras schwimmen. Da unten ist welches. Sind wir da schon mal durchgeschwommen? Kann man da mehrfach durchschwimmen? Hörbar! 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 Das ist, äh, ist auch für das Bonus-Objektiv wahrscheinlich, ne? Ja, vor Tatsuh in der Zeit, ich, äh, kämpfe. Lalalalalala! Da ist ne Kiste, yay! Ja, da war ich ja beim, äh, WOD-Film, äh, auch so positiv verrascht, dass da wirklich ein Murloc vorkam. War zwar schön unter einem, äh, äh, unter einer Brücke versteckt, aber es war einer dabei. Ja, den muss ich gleich, äh, sprechen, indem ich, äh, sie von der Seite anhabe. Ja, da ist noch mal HAPPA HAPPA. Da vorne ist gut, da kann ich die bösen töten und mit den guten strecken. So, hier ist der Nachtisch. In der Mitte könnte es vielleicht ein bisschen viel sein auf einmal, oder? Ja. Ja.